hallo masters fans liebe fans der sammlerkunst herzlich willkommen zu einem neuen unboxing hier bei den origins giganten und was seht ihr hier am tisch ja meine heutige ausbeute denn ich war ihr habt vielleicht erfahren in meinem live video bumu tv live was ich spontan in düsseldorf gemacht habe wo ich eine rossmann filiale betreten habe seit dienstag gibt es bilder im internet von diversen kunden die posten dass sie schon die wave 8 bei rossmann gesehen haben und bis dato war rossmann für uns masters fans ja gar keine option mal dazu gucken ob es figuren gibt bis dienstag denn da fand man die komplette wave 8 ich habe hier nur diese drei bekommen das waren auch die einzigen figuren die da in der spielzeug abteilung standen da müsst ihr auch aufpassen nicht jeder rossmann hat eine spielzeug abteilung geschweige denn natürlich folgendessen auch keine masters figuren ich habe glück ich habe in meiner nähe ein großes rossmann und wie gesagt da waren diese drei figuren die habe ich zwar schon bis auf chlor full denn den packen wir gleich aus da bin ich mega stolz drauf denn damit kann ich endlich die wave 8 der origins komplettieren und die anderen hier mache ich zum wirklich zum army building und hier der anti-eternia he-man ist auch schon vergriffen den gibt es natürlich zum selbst kostenpreis an dem ersten schreiber das war auch so gewesen und er ist dann hoffentlich bald auf dem weg so jetzt wollen wir mal den kämpfer mit den scherenhänden ja chlor full ja dieser hummer chlor full wollen wir mal auspacken ja ist auch ein ziemlich übler borsche ja skeletor kann froh sein ihn ja in seiner mannschaft zu haben und wie chlor full erst mal in der verpackung aussieht und wie die verpackung aussieht sehen wir uns jetzt mal kurz an ja da steht der kämpfer mit den hummern händen steht noch in der verpackung diese figur ist hier auf einer europäischen karte man sieht es am gelben stern mit dem hinweis dass noch ein mini comic enthalten ist ja er sollte doch mal den zahnarzt aufsuchen ja denn vorne klafft eine zahnlücke ja natürlich ist diese figur auch von mattel in der wave 8 der masters of the universal origins reihe hergestellt worden ja hier kämpft tila gegen chlor full im gewässer und erkennt ihr das hinten rechts da steht weiblich ist mit chlor full in den kampf gezogen ja hier links sehen wir die funktionen von chlor full und hier weitere figuren der wave 8 unter anderem noch mal aufgezählt und wir kennen ja das prozedere unten am ende der backcard die verbraucher informationen falls ihr noch einen chlor full für mich überhaupt oder auch einen sun man meldet euch bei mir wir kommen bestimmt dick ins geschäft wahlweise kann ich auch diese mit dem hort trooper und noch einem anti eternia he man tauschen so ja chlor full der war bis jetzt bis vor zwei tagen war er gar nicht hier zu finden im handel geschweige denn im deutschen online markt da hatte ihn keiner es gab einfach den anti eternia he man einfach den hort trooper zu finden ja sun man den gab es auch sehr schwer aber den gab es denn aber chlor full war wirklich wie ein 6er im lotto deswegen konntet ihr ja in meinem bumo tv live meine freude darüber förmlich sehen ja dass ich chlor full endlich in händen halte ja und auch die karten muss ich sagen bei bei rossmann die waren in einem einwand freien zustand ok hier chlor full ist auch egal welchen auspacke hatte einen kleinen knick an der seite ja davon träumt emerson eigentlich ja dass die figuren so unversehrt ankommen aber im endeffekt waren sie auch hier das punch hole war noch geschlossen es war wirklich sammler freundlich wurde diese platziert der nachteil ist natürlich wenn man ihn in so im freien handel bekommt gerade auch bei rossmann oder smith das sind ja viele kinder ja viele erwachsenen sie grabbeln alles an zerknicken das legen das einfach für ihr ins egal das ist natürlich der nachteil wenn man dieses vor ort kauft obwohl man kann ein vor ort wenn genügend figuren da sind sich die beste raussuchen beim online handel ist man natürlich muss man sich darauf verlassen dass der händler die figuren im einwandfreien zustand verschickt und verpackt so genug geredet hier geiles artwork wieblech ist mit im anschlag ja der wird ja auch in der origins line wird er bestimmt veröffentlicht werden der war glaube ich auch angekündigt sun man ja wie gesagt da bin ich jetzt auch noch mal auf der suche den hatte ich ja schon mal habe ich ja schon mal ausgepackt wie all die anderen figuren der w8 ja aber auch den anderen wafen 1 bis 7 könnt ihr gerne hier auf meinem kanal unter der playlist origins giganten mal nachschauen es lohnt sich auf alle fälle jetzt mache ich mal auf weil ich so freudig bin habe ich das so leidenhaft gerade aufgerissen ich bin auch ein trottel ja ist mir noch habe schon nie passiert jetzt habe ich ihn aus gesehen aufgerissen egal ist ja wird ja weggeworfen egal da kommt auch schon ludwig so hier natürlich das mini comic rulers of the sun ja sun man dieses mini comic könnt ihr auf meiner facebook seite auch das mini comic könnt ihr mal einblick erhalten da habe ich mich paar bilder reingestellt zum thema sun man passt es auch gerade ist in düsseldorf strahlendes frühlingswetter ja man ist wirklich motiviert man zerreißt hier karten einfach man macht es nicht einfach das tut einem einfach kein abbruch die freude denn man hat auch tolle masters figuren gefunden was möchte man sonst noch von dem tag erwarten so wir wollen cloffel erstmal hier befreien auch er hat natürlich hat er natürlich diese gummibänder hier um die gelenke damit hier damit er gut fixiert ist so macht einfach so mal auf der ludwig ludwig ist wieder neugierig so ist er noch irgendwo fixiert doch hier an an dem arm er geht wieder das war ludwig doch zu viel krach er verlässt das etablissement gerade so rausgeholt klar hat auch chlorful das kennen wir auch aus schon aus der vintage version hat er diese ja diese keule sozusagen ja dieses zubehör mit dabei und jetzt gucken wir uns mal chlorful an wie ich gerade schon sagte er hat so eine zahnlücke vorne also ich glaube sein vater muss ja ein vater haben ja aber auf alle fälle kein kein zahnarzt geschweige die mutter cool ja hier auch das gimmick ne das ist muss konnte damals schon sehr gut sehr sehr cool es war nie meine lieblingsfigur damals als kind den hatte ich natürlich gehabt war er nie meine lieblingsfigur aber ich habe trotzdem war er meistens mit dabei wenn ich in die schlacht gezogen bin gegen he man ja wenn ich mit meinen freunden gespielt habe war chlorful auf alle fälle auch einer mit immer dabei der wirklich mit in den kampf gezogen ist toll schön paint job top sehe ich jetzt gar keinen wo sage das vermalt oder so oder fehlt was nein paint job ist geil er hat natürlich auch 20 gelenkpunkte das haben ja alle origins figuren und man kann auch da ich guck mal gerade hier die idee das kann man leider nicht abmachen aber aber hier hier sein ab kann man ab machen seine seine kralle hier geht leider nicht ab ja man kann auch da wie kennen das ja wir kann sein wir können ja auch wie bei all den origins können wir die körperteile entnehmen abmachen und mit anderen figuren der toy line micheln auch der kopf geht natürlich ab ist schon cool hier seine rüstung ist im gegensatz zur damaligen rüstung nicht aus hart plastik sondern mit einem weichen plastik ja cool ja wir wollen uns mal chlorful mal gebühren schön mal von der nähe aus anschauen der chlorful hat einen festen stand das ist wirklich mega positiv hat ja nicht jede figur die dann sofort gut steht aber er kann dieses sofort ja der nachteil ist auch hier bei seiner keule die er in humor händen hält sie ist schwer wirklich zu befestigen ja sie ist so locker das hatte auch schon die vintage version ja das hat auch glaube ich auch bass auf grundsätzlich ja also wenn man so eine keule hat mit solchen händen ja ist es schwer diese wie jetzt hier gerade zu positionieren was sind denn eure erfahrungen ja sein blick ja das sagt ja alles ne sein starrer wirrer bedrohlicher blick hier seine hummerhand hier kann man sie locker wie damals bewegen und wer da in die quere kommt der ist erstmal gefesselt wenn man sie wirklich ausgepackt hat die figur ist die schon wirklich richtig toll und genial eine richtig gute spielfigur auf alle fälle wird richtig spaß machen diesen gleich mal ins regal zu positionieren so chlorful von hinten ja hinten sieht man noch etwas genopptes ja hinten auf seiner wirbelsäule ja von der rüstung das ist sehr schön in 3d gehalten ja da steht der verbündete von skeletor oben am wolfstor ja eine tolle mega coole figur das war chlorful ja die letzte figur der wf 8 die bestehend war aus anti eternia he man sun man den horde trooper und natürlich hier unser hummer kämpfer ja chlorful ja wie findet ihr die figur postet mir unten in die kommentare und was haltet ihr davon dass jetzt rossmann auch neben smith real und müller diese im lokalen sortiment anbietet ja ihr könnt auch reinschreiben wo ihr die figuren bei rossmann gesehen habt welche stadt war das dürft ihr gerne unten kommentieren damit andere fans diese figuren auch günstig bekommen denn diese figur kostet ja wie überall im handel zumindest im lokalen handel 16 euro 99 ein ganz passabler preis ne ludwig ja ludwig das problem ist ihr kennt es ja ludwig kommt auf meinen schoß mein schwarzes t-shirt ist denn versaut weil er zurzeit haret ja er wechselt zurzeit in sein sommerfeld damit beschließe ich die heutige ausgaben der origins giganten und ja schaltet auch bei einem der nächsten videos hier mit ein würde mich freuen ich freue mich auch grundsätzlich immer gerne auf eure kommentare nochmal vielen dank danke dass ihr auch immer liked teilt weiterempfehlt abonniert habt ja nochmal vielen dank und es freut mich immer wieder wenn ich merke die videos von mir gefallen euch so genug gelabert ich muss jetzt zum dienst einen schönen tag bleibt weiterhin sammelwütig und gesund ganz wichtig tschüss tschüss tschüss